Ich bin in den Augenblick noch mal auf. Ich bin in den Augenblick. Ich mache hier den Augenblick. Ich ziehe den mal raus. Ich mache den Augenblick schon mal auf den Arm. Ich mache den Augenblick erst mal. Aber die anderen noch auf den Arm. Ich mache den Augenblick. Ich mache den Augenblick nicht mehr. Der ist ein Augenblick. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Ich mache den Augenblick. Du musst auf hoch auf lachen. Du leidst vielleicht schwache. Das ist eine schöne Aufstattung. Ich stelle dir vor, du trittst nach vorne. Dann hast du automatisch hier. Das fett ist auch nicht mehr. Ich lasse ihn machen. Ich mache den Vorschlag noch mal durch. Das ist die Stimme. Der Druck hier auch, das ist hier der Schleif, ja, der Druck, und auch auch, wie du sagst, wie ist der so nahe geht, also schnitzig, nicht, dass es so stimmt. So, ne, steh mit der Kiste nach vorne, ja, wie so eine Linie im Bereich. Furchtbar, umseitig beschwören, weiß man mal, das ist auch super schön. Genau, das ist perfekt. Nicht, dass du weißt, als ich meine, sonst gibts immer so nach vorne im Kühlschrank. So, ist perfekt. Doppelbizeps von mir. Und wir gucken auch so da nach oben. Geht ja besser lieber aufzuschneiden, oder? Beinbizeps, anspannen, sofort. Beinbizeps, alles stimmt. Guck dich an, und dann guck dich schon zuerst. Legt Beinbizeps auf. Und oben Spannung halten, dann so lange. Und den kann ich gucken 10, 20 Mann an. Jetzt die ganze Zeit auch mal immer auf Spannung lassen. Mach nochmal, mach nochmal und fäng sofort, sobald du die Beine machen, bestimmst Spannst du dir an. Zack, bumm, bumm, stehen. Latt anspannen, gerade lernen. Spannung. Mach mal den Druck auf den Latt. Zieh nochmal die Schultern nach oben nach hinten. Beinbizeps, anspannen. Beinbizeps, wagen. Dich wackeln. Und rücken. Okay. Lattissimus, Beinwechsel. Auf. Sofort die Beine ausspannen. Beinbizeps, bumm, dann muss sofort stehen. Und halten. Spannen, genau. Gleich drehen. Ganz langsam, nicht zu eng. Beinbizeps kann ausspannen. Beinbizeps. 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 Verbesser. So. So. Soll ich lieber den hier? Nee. Dann müsstest du auch den Bein umsetzen, vor dem Bein spannen. Beinbizeps. Dann müsstest du da auch so ein Teil um zu sehen sein, als bei dem ich das habe. Genau. Ich stelle dich nochmal normal. Genau. Dann drückst du schön den Beinbizeps. Wir lassen die Bein. Druck auf den Hintern. Genau. Viel mehr Druck. Viel mehr den Boden. Seite anspannen. Stelle vor, du ziehst den Arm weg, dass du den mehr steigen kannst. Und es wechseln. Ja. Sehr gut. Und Bauch. Denk an der Bauch. Alle sehen deinen Bauch. Das ist eine Bauchpose. Auch wenn es Trizips-Pose heißt. Ein Kamprichter sieht deinen Trizips, alle anderen sind am Bauch. Okay. Und vergleich Bauch-Bein. Beine spielen. Komm, alle anderen sind schon Position. Sehr gut. Mach euch den Schüttel Spaß, weil der Meisterschaft hat keiner Beine. Dann kannst du auch mal sagen. Das haben wir noch nie gesehen. Sehr gut. Sehr schön. Das war so. Das war auch so geil. Das war so geil. Stimmt. Immer freuen die drauf. Guck, immer die Beine ausspannen. Immer. Die Beine nicht ausspannen. Es ist auch ein Herzchen群glas. Rester, Restreue. Guck, dass die Mama steht. Du hast das erste Dei. Du hast das Schreie. Ja. Ihr ist gut her. Gib mir ein bisschen aufreisen. Guck mal an. Guck, dass das ist nochmal her. Alles gleich was du mit dem Paulus. Amt. 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 Guck auch rein. Bauch flach. Bote, zwei, zwei. Mach'n. Guck auch nicht rein. Ja. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.